Schiff, schiff, schiff. Ähm, ist da so ein paar Sachen verwickelt, die nicht so cool sind. Und deswegen werden wir hier mit ihm mal sprechen müssen. Oh, ich glaube, das ist schon die Animation zur Einblendung, ja. Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me! I can explain. I won't tell anyone, I swear. I've no one to tell anyway, just please, don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Rudzik's men? No. Hm, then who are you? Äh, ich bin auf Lord Rudzik's Geheiß hier. I come in the name of Sir Rudzik Kobbela and Sir Hanush of Leipa. I'm investigating the raid on the Neuhofstad farm. I got no idea what you're on about. Save your breath. If you want to have any chance to escape the gallows, you'd better come clean, alright? Jesus Christ. Christ, this will never be over. So? Alright. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We was in it to grab some loot and bugger off. Only Runtz Cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runtz Cutthroats? There was two gangs there, mine and Runtz. We was only there to steal. They wanted to slaughter everyone. But when you knew what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing. Even that we was going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they was cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Them horses was the most valuable thing there. When I spoke up though, Runtz gave me such a bollocking, I thought it was best to keep my mouth shut. And when they said we were going to kill anything but moved, huh, then we knew there was no going back. Did you know any of Runtz people? Not a one. They didn't talk to us at all. And none of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runtz. And Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid, do you? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they're at. Weißt du, wo das ist? Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Okay, also weiß Timmy. Timmy! What happened after the raid? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we'd met him before, so he'd know where we was, right? Fucking bad idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy turned up after a while, two of Runtz men was dragging him. There was some, um, difference of opinion. Huh. They started on us right away that we was traitors. They knew we'd let somebody get away and now we was gonna pay for it. They started surrounding us and we knew it was coming. But Limpy took his vodka and let that fucker have it in the belly. Runt? No, no, one of the others. Timmy broke free from them and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted after us, that they'd find us. Okay. We're at the time for the show. You've got your two gangs together. You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then. Nothing bigger. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start, it was a bit fishy. Okay, and we're still at the time for you. What can you tell me about them? I don't know what you want to know. There was four of us. Me, Timmy, Limpy Lubos and Pius Pavel. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you didn't miss Chiffen up. Who led you? Pius. He was the oldest and he'd mostly find the jobs for us. Plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Uh, Timmy's thick as a fence post. Strong as an ox, but not a brain in his head. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Who was he? Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Aye, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill, where he works. Which mill? The windmill. A bit north of Neuhof. Okay. Jetzt habe ich ein neues Level im Reden erreicht. Und was machen wir jetzt? Das ist alles, was ich wissen muss. So now, was do I do with you? Well... Jetzt kommen wir ja zu der Szene, die wir auch schon mal beim letzten Mal gesehen haben. Schnell, bitte. Schnell, bitte. Sch. 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 Runs, people. We gotta get out of here. They're too close. We'll never run them. Fuck. At least they don't know, there are two of us. We can take them by surprise. In a pig's eye. I'm out of here. Look here. If you run, they'll kill you. And me too. Together we stand the best chance. Jesus Christ. Alright. I suppose right. Da bin ich wieder. Und hier geht's jetzt richtig ans Werk. Und einen haben wir niedergestreckt. Die anderen sind irgendwie weggelaufen. Wir plündern den mal. Eine Axt finde ich ganz gut. Gefütterte Haube, Lederhandschuhe, Platten, Reiterstiefel. Wir nehmen einfach alles. Äpfel, Hasenfleisch. Nehmen, nehmen. Dietrich nehmen wir. Geld nehmen wir. Kohle hat er auch. Cool. Nehmen, nehmen. Nehmen, nehmen. Ach, wir nehmen einfach alles. So, wir gucken mal eben ganz kurz, was wir haben. Denn wir haben eigentlich gar nicht so viel. Wir haben jetzt braune Beinlinge. Eine braune gefütterte Jacke. Gefütterte Haube. Das ist ein Kopfschutz. Den können wir zum Beispiel tragen. Was ist, wenn wir den wegnehmen? Wenn wir den tragen, verringert sich unser Charisma. Das ist natürlich doof. Handrüstung. Leinenhemd. Leinenhemd brauchen wir jetzt nicht. unser Charisma wahrscheinlich, weil wir total scheiße aussehen. Ja, ähm, ich glaube, wir haben es dann wohl geschafft, ne? Weil die sind weg. Ich habe ein paar mehr Fragen. Hä? Du kommst mit mir. Ich glaube nicht, es gibt keine Chance, dass du... Warum sollte ich? Ach, verpiss dich. Okay, er wird jetzt verschwinden. Wir haben ihn jetzt ausgeräubert. Wir könnten auch mal gucken. Ich habe auch ein Schild aufgenommen, ne? Das könnten wir eigentlich hier auf die zweite Hand nehmen. So, ähm, unser, unsere Dingens hier ist ja aus. Ähm, wir haben mal in Thornberg, haben wir das ja schon fertig gemacht. Ähm, jetzt müssten wir eigentlich mal in unser Logbuch gucken. Unser schönes Logbuch. Ähm, meine Mühle. Hier, das kann man aber machen. Das nehmen wir mal weg. Dann können wir nämlich eben mal schnell nochmal auf die Karte gucken. Und dann heißt es nämlich, dass wir hier hin müssen. So, dann mal rauf mit uns. Wir haben blutige Hände, weil wir einen abgeschlachtet haben. Wenn ich jetzt in die Richtung reite, in der die geflohen sind. Beim letzten Mal, ich kann mich dran erinnern, war das nicht so einfach. Da mussten wir gegen alle drei kämpfen. Da haben wir aber auch den Weg des Kriegers gewählt. Und nicht des Diplomaten. Frage ist natürlich auch, wo die jetzt hin sind. Ich vermute, das werden wir so einfach nicht rausfinden. Ähm, ich musste leider einen kleinen Cut machen, weil... Und ein bisschen später wieder reinzoomen, weil... Ähm, wie er ja das einmal abgestürzt ist, das Spiel. Das ist nicht so schlimm. Das hier ist übrigens limpy, wenn ich das dann so richtig, äh... Interpretiert habe, was der mir gesagt hat. So, dann reiten wir mal zurück, ne? Dann würden wir mal die Mühle besuchen. Ich dachte gerade, da ist einer oben da. Da dachte ich, das hier wäre eine Person gewesen, der Baum. Aber war es nicht. Ich bin ja auch schon mal auf Feinde getroffen, die ja hier teilweise in den Wäldern drin sind. Na, es gibt ja immer noch die Cumans. Ähm, die hier sozusagen als Feinde dargestellt sind. Und hier plündern und Pipa-Pups machen. Kommen, wir reiten jetzt mal ein bisschen schneller. Wer seid ihr denn? Sind das nicht die? Runs, Leute? Hm. Hi. Hi. Nö. Ihr wollt mich nicht angreifen. Willst mich auch nicht angreifen. What's he doing here? Hm. Oh, oh. Ich komm mal weg. Oh, hier ist dieser Steinbruch. Die Texturen laden jetzt mal mal nach. War ich ein bisschen schnell unterwegs, wie es scheint. Ähm, die wollten mich anscheinend gerade angreifen. Jetzt bin ich natürlich am überlegen. Ach so, ich bin zu überfrachtet. Kann ich die fallen lassen? Alles, was ich nicht trage, kann ja erstmal weg grundsätzlich, ne? Mie ich denn jetzt immer noch zu schwer? Ich denke doch mal nicht, oder? Was ist denn hiermit? Der Angriff verringert sich. Dann brauche ich das nicht. Ah, guck mal, da kommt einer an. Oh, wow. Oh, wring your neck, you curr. Na toll, jetzt muss ich mich hier mit zwei entkloppen. Ich werde dich auf die Kugel. Hehehe, das ist gut. Ich werde dich auf die Kugel. Ich werde dich auf die Kugel. Na ja, das ist ein bisschen. Na ja, das ist ein bisschen. Was ist das? Was ist das? Das ist nicht so lange. Du bist tot. Du bist tot. So. Ich gebe dir noch ein paar. So, der ist jetzt down. Ich aber auch. Kann ich jetzt irgendwie die Bandage benutzen? Du hast kein Heilmittel bei dir. Okay. Kann ich einen Apfel essen? Ja, kann ich. Bin ich denn hungrig? Nee, aber meine Gesundheit regeneriert. Wo ist denn jetzt der Cumin hin? Den will ich jetzt irgendwie auch noch muschen. Aber ich habe ja hier nichts verkehrt gemacht. Also. Nicht, dass sie jetzt Angst haben, dass ich irgendwas tue. Wo ist denn hin? Halt das Weapon weg, oder ich kenne ihn. Was zur Hölle? Hey, bockst mich doch nicht, Junge. Okay. Okay, also. Ähm. Ich scheine noch einen von Run's Leuten kaputt gemacht zu haben. So. Dann will ich das haben. Das Geld will ich haben. Verband. Kohle, Dietrich. Äpfel. Und Brot. So. Ja, das ist mir egal. Ähm. Ich habe nämlich selber ein Bastardschwert. Das heißt, ich muss nicht das Bastardschwert nehmen. Ähm. Ich heile so langsam aber sicher. Der Cumin ist geflohen. Da habe ich den zweiten Kampf ja doch sehr erfolgreich hinter mich gebracht. Die haben sich aber auch nicht wirklich richtig verteidigt. Ich gucke mal, ob ich den noch irgendwo entdecke. Sieht aber nicht danach aus. Er ist in die Wälder geflohen, glaube ich. Äh. Sieht nicht so aus, als wenn ich den nochmal finde. Schade. Ich hätte den gerne noch vermöbelt. Aber ne. Nichts zu machen. Der ist doch auch noch von der Bande da, oder? So. Dich mache ich auch noch platt. Komm her, Lilly-Liver. Das wird nicht lange dauern. Geh mit dir! So. Irgendwie wehren die sich nicht. Okay, jetzt bist du tot. Ja, der kriegt jetzt ganz schön aufs Fressbrett. Aber so richtig verteidigen tut er sich auch nicht. So, jetzt ist er auch tot. So. Alle umgebracht, die wir umbringen konnten. Nennen wir den hier auch nochmal. Hat der irgendwie ein besseres Schild? Wir können das ja mal vergleichen. Er hat aber auch auf jeden Fall Geld. Das nehmen wir auch mit. Hasenfleisch und Äpfel. Die Dietrichel nehmen wir mal auch mit. Und die Nahrung an sich nehmen wir mit. Ähm. Jetzt können wir mal gucken, ob das Schild, was wir hier haben, besser ist. Ne, ist es nicht. Dann lassen wir das wieder fallen. So, ansonsten. Vom Gewicht her sind wir easy. Ich esse mal hier noch das Hasenfleisch. Und nochmal zwei Äpfel. Dann sollten wir auch nochmal ein bisschen hochheilen. Das sieht doch gut aus. Dann können wir ja aufsitzen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen nach diesen ereignisreichen Kämpfen, die wir ja hatten. Und, ähm. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier mit Kingdom Come Deliverance oder einem unserer anderen Spiele. Lasst einen Daumen oben da. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Crunch Besagt. Haut rein. Ciao.